Jetzt kommt die ultimative Herausforderung. Sieben Pendler werden morgens auf dem Bahnhof in Mettmann ausgesetzt und müssen es nach Duisburg schaffen. In nur einer Woche. Seven vs. Bahn. Schon nach drei Sekunden liegen die Nerven blank. Versteht hier irgendwer? Die Tarifzonen! Du musst dich beruhigen! Deutsche Regionalbahn. Survival of the fittest. Fighten um jeden Sitzplatz. Ich will einfach nur nach Hause. Und dann natürlich Signalstörung und Zug-Havarie. Nach zwei Tagen am Rand der Bahnstrecke wird das Essen knapp. Und careful. Seven vs. Bahn. Härter wird's nicht.